In der Realität ist es nicht so, dass jede Person ein eigenes Eugelfühl hätte, es gäbe für sie. Es gibt nur ein Eugelfühl, so wie es nur ein Prisma gibt. Und denken Sie daran, das Eugelfühl ist ja wie ein Prisma, wenn dieses reine Licht, der reine Bewusstheit, da reinleuchtet. Dann kommt es eben zu diesen verschiedenen Ausdrucksformen des Eugelfühls, genauso wie es zu den verschiedenen Farben kommt des Reimlichts. Denken Sie daran, das Eugelfühl ist das einzige in der Schöpfung, was gleichzeitig grenzenlos ist und individuell. Im Grunde genommen, wenn Sie QE mit einer anderen Person machen, dann interagieren Sie da eigentlich mit sich selbst, die auf andere Art und Weise reflektiert wird.